Mein Name ist Pauline Plotz. Ich wohne und arbeite in Katzdorf. Ich bin Volksschullehrerin, derzeit unterrichte ich in einer dritten Klasse und immer wenn ich eine dritte Klasse habe, dann arbeite ich oder komme ich auch zur Weber-Kade. Wir lernen dann über die Kade im Unterricht und es ist mir wichtig, dass die Kinder wissen, was die Weber-Kade ist, warum man sie angepflanzt hat bei uns in Katzdorf und warum sie auch im Wappen von Katzdorf drinnen ist. Ich habe die Weber-Kade auch bei meinen Dirndl-Gleidern daheim. Ich habe mir selber zwei Dirndl-Gleidern genäht, wo auch am Rücken die Weber-Kade oben ist und ich trage sie stolz, weil ich gerne eine Katzdörferin bin.